In diesem Video geht es um Cloud Computing. Ich erkläre dir, was man darunter versteht und welches die Vor- und die Nachteile einer Cloud sind. Unter Cloud Computing versteht man eine IT-Infrastruktur, die über ein Netzwerk zur Verfügung gestellt wird. Diese IT-Infrastruktur kann eine Vielzahl von Ressourcen bereitstellen, darunter Prozessorleistung, Online-Datenspeicher und sogar fertige Software wie beispielsweise ein Office-Paket. Man kann sich eine Cloud als einen Rechner vorstellen, der immer online ist und über das Internet erreichbar ist. Hier können Dokumente gespeichert werden, die man anderen Benutzern zur Verfügung stellen kann. Diese können die Dokumente direkt auf dem Cloud-Rechner bearbeiten und Änderungen werden sofort für alle Benutzer sichtbar. Früher mussten Dokumente oft per E-Mail zwischen den Anwendern hin- und hergeschickt werden, was schnell zu einer Überfülle an Versionen und einer fehlenden Übersicht führen konnte. Beim Cloud Computing wird die Speicher- und Rechenleistung auf einen Anbieter ausgelagert, sodass Anwendungen und Daten nicht mehr auf dem lokalen Rechner oder im Firmenrechenzentrum, sondern oft geografisch weit vom Anwender entfernt gespeichert werden. Der Zugriff auf die entfernten Systeme des Cloud-Anbieters erfolgt über das Internet, sodass Datenträger wie externe Festplatten und USB-Sticks nicht mehr benötigt werden. Dies führt zu erheblichen Ersparnissen, da der Aufwand für Hardware, Software und Backups deutlich verringert wird. Trotz all dieser Vorteile gibt es auch einige Nachteile bei der Nutzung von Cloud-Diensten. Einer der größten Nachteile besteht in der Sicherheit, da nicht alle Nutzer sich bewusst darüber sind, dass ihre Daten in einer Cloud verarbeitet werden und nicht mehr nur auf ihren lokalen Rechnern gespeichert sind. Es besteht immer das Risiko, dass Unbefugte auf diese Daten zugreifen können. Jeder, der einen Cloud-Dienst nutzen möchte, benötigt ein Benutzerkonto. Hier muss man seine persönlichen Daten wie Name, Adresse und E-Mail-Adresse angeben. Je nach Anbieter kann es auch erforderlich sein, eine Zahlungsmethode zu hinterlegen, um den Cloud-Dienst nutzen zu können. Es ist wichtig, sorgfältig zu überprüfen, welche Informationen man an den Anbieter weitergeben möchte und welche Datenschutzbestimmungen dieser hat. Cloud-Computing kann sowohl kostenfrei als auch kostenpflichtig sein. Für einige Dienste wird eine monatliche oder jährliche Gebühr erhoben, während andere Dienste kostenfrei angeboten werden. Es ist wichtig, die Kosten im Vorfeld zu überprüfen, da sich die Preise je nach Anbieter unterscheiden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017